Ich sag Schatz, 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 Flaschen drin! Die Pulle Rotwein drüber, sag so Schatz, jetzt kannst du schwimmen und atmen! Wir sind glücklich, wir sind primitiv, aber glücklich, natürlich, drei Männer in einem Raum, einer lässt einen fahren, die anderen beiden Respekt! Ich sag, was ist denn die Tiere? Der ist eine Tiefkultur! Ich sag, jetzt sag ich selber, ich bin ja nicht blöd! Ja, warum fragst du denn dann? Ich sag, weil mein Werkzeug da drin liegt! Kannst du mal sehen, wo du überall dein Werkzeug hinlegst! Wir sind glücklich, wir sind primitiv, aber glücklicher Ich bin der Mann zuhause, was hab ich gemacht? Ich bin der Nussloch gefahren I can't get away with who I wanted And I never could come running for it Cause they sticked up on me If I were a boy Stab Und bevor ich schaue Und ich alleine auf sie waschen Da hab ich alles verraten Ich sag, Schatz, das ist ja super, okay Wahrheit Schatz Weißt du Weißt du Wer mein Auto kaputt gefahren hat Ach du Scheiße Guck dir das mal an Ach du Scheiße Auch meine Brüste Auch war ja meine Brüste Meine Brüste Da früher am Bleistift Und der passt jetzt zur Schreibmaschine Das ist ja komisch Ey Und am schlimmsten war's als dann Darth Vader sein Laserschwert an Er macht das Gläser schwer an Sie direkt Mh Macht das Gläser schwer an Sie direkt Mh Sie direkt Mh Sie direkt Mh Sie direkt Mh Wir sind glücklich Wir sind gute Kiefer Aber glücklich Sie direkt Mh Sie 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ihr wisst, was ich meine, wirklich netter Sofa, Sofa. Und die beiden sitzen mir gegenüber eine Rufa. Es ist auch wirklich passiert. Ich krieg dir... Ja, ja, Herr Bart, das ist ja lustig, dieser Spaß. Daraufhin hat einiger Rufa gesagt, nein. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Und ich freue mich jetzt schon, wenn du Japaner und Deutsch hat kommen können, versuchen Deutsch zu lernen. Und dann... Und dann... Und dann... Das ist so geil. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Es gibt einmal Duschen mit Haare. Duschen ohne Haare. Und nur Haare. Die kann man so halten. Pass auf. Es ist wirklich passiert. Ich mag sie. Muss ich dazu sagen. Wirklich. Guck mal. Pass auf. Sie steht vor mir. Mit der Handtasche. Dieser Nerv. In einem Handtaschenladen hast du Handtasche gefunden. Wisst ihr, wenn sie jetzt mit einem Akkuschrauber gekommen wäre, hätte ich gesagt, boah, ist Wahnsinn, wo hast du den denn her? Ich da hin, ich sag, was wollt ihr denn gemeinsam machen? Da hat Chantal ja mal wieder einen anderen Floh und Euer gesetzt. Ey. Da sind wir schön morgens um fünf Uhr nach Nussloch. Und umso näher wir nach Nussloch kam, umso hektischer wurde sie. Komm, in die Fabrik geht, rindet. Und meine Freundin ist 1,60 groß, aber da wird die zum tasmanischen Teufel. Das glaubst du nicht. Hör mal, ich hab nur Handtaschen und Pappkartons fliegen sehen. Die ist da rein hier ran. Die hat ganze Euro-Paletten weggeschoben. Keine Tüte kann sie tragen. Eine Tüte kann sie tra- Keine Tüte kann sie tra- Keine Tüte kann sie tra- Keine Tüte kann sie tragen. Aber Euro-Paletten schieben sie weg. Natürlich. Ich bin jetzt mal coeur. Ich bin jetzt nachver飾et. Ich bin jetzt poisoner geworden. Vielen Dank.